Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier beim Stampf der Marakai Eingeborenen. Vor uns steht Garcia und ich versuche abermals ihn umzubringen. Aber ihr merkt es ja, ich bin jetzt so gut darin. Jetzt überspringen wir das ganze wieder. Und ich nehme auch gleich meinen Schmerztöter zu mir. Such mal bitte zu treten, wenn es möglich ist. Okay, das Ding ist erledigt. Jetzt würdest du bitte abnippeln. Der darf schon abnippeln, ja. Was, der ist weg. Jetzt haben wir noch Garcia. Okay, schnell was auf. Alter. Das Schmerzdingen sieht gleich aus. Gleich nachladen. Gleich wieder rum. Jetzt ist Charly verreckt. Tatsächlich. Ist er sie jetzt verreckt? Hat sie jetzt keinen Krog getrunken oder was? Die Alte macht mich fertig. Ich kann es jetzt beleben auch nicht, ne? Also genesen machen. Ich werde narisch, ich sag's euch. Das ist nicht fair. Wirklich nicht. Das ist echt nicht fair. Das nervt schon ein bisschen. Muss man mal kurz ein bisschen umsetzen. Einen Schneidersitz auf meinem Schreibtisch-Sessel. Boah. 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 Ich hab dein... ...kein... ...s... ...spa... Ich greife ich mir! Machst du... ...mal was? Oh, ich hab mich falsch in Veränderung. Schlau wie ich bin. Fast, dass sie es erledigt. So. Muss ich vielleicht auf Charly aufpassen. Dann haben wir auch gleich. Was? Sehr gut. Was? Die Eingeborenen gehen mir an? Ernsthaft? Nee, die müssen zuerst vielleicht mich bei denen einschleimen, hm? Tatsächlich. Hm. Okay, dann müssen wir es anders machen. Warte, dann machen wir das alles ganz anders. Dann lassen wir Cassia übrig. Den machen wir sehr viel später. Und schauen, dass wir uns jetzt bei den Eingeborenen einschleimen. Vielleicht helfen sie uns dann. Machen wir das zuerst so. Gut, dann schleimen wir uns. So, warte mal. Da war ja eine Quest, dass wir Dingens werden müssen. Hier, das Erwe des Chakatatu, ne? Entweder Hakeke oder Zalu müssen wir unterstützen, ne? So. Tjo. Warte mal, dazu müssten wir doch jemand anderen besiegen, ne? Freunde, was ich zu sagen habe. Jala, jala. Daiki Hakeke. Du brauchst keinen neuen Hallmark, oder? Achso, er ist nicht traditionell. Er ist nicht traditionell. Er ist zukunftsorientiert. Ah, Tara ist wieder hier. Das ist schön. Äh, wo war der andere schnell? Das war der Häuptlinke. Hier bin ich blöd. Das war jetzt eine Frage an mich. Natürlich bin ich blöd. Zalu, hieß der andere. Zalu, Zalu. Zalu, Zalu, Zalu. Zalu, glaub ich, ne? Zalu. War das nicht der? Bist du Zalu? Na, Kenan. Verdammig. Zalu. Ich hatte eine Vision. Und die Tivas sprach. Und die Tivas sprach. Und die Tivas sprach. Ich kann dir gerade nicht helfen. Hoshi, der Shaganumbi. Ich hatte eine Vision. Und die Tivas sprach. Du hast mit dem großen Tonka Zalu gesprochen. Ja, und ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich beanspruche deinen Platz bei Zalu als ein Hallmark. Kapo, Kucho. Bambule. Ich werde dich verfluchen, wenn du nicht Platz machst. Ich fordere dich zum Zweikampf heraus. Wer von euch ist eigentlich der Schnellste? Wer von euch ist eigentlich der Schnellste? Was genau meinst du, Utsu? Mit der Waffe? Oder beim Laufen im Dschungel? Wenn ich es mir so recht überlege. Vergiss es einfach. Yala, yala. Warte ganz kurz. Ich hatte eine Vision. Warte ganz kurz. Wie viel Einschüchtern haben wir denn? Charakter. Talente. Fünf würden fehlen. Warte mal ganz kurz. Vielleicht können wir ihn einschüchtern. Stichwaffe, Füße. Da war ja irgendwas. Der Hut, oder? Kopf. Äh, Stahlbatshut. Was? Das müsste reichen. Weil Silberzungen haben wir, glaube ich, eh mehr als genug, ne? Hundert. Das reicht sowieso. Viel längere Zeit. Stumpfel kommt aus... Bothacker. Einschüchtern. Ich werde dich verfluchen, wenn du nicht Platz machst. Ich werde dich verfluchen, wenn du nicht Platz machst. Fluch? Welcher Fluch kann mich treffen, den ein Gutscho ausspricht? Ich mache meinen Fluch auch zu deinem Fluch. Mara hättest ihre Schergen dann auch auf dich, sobald du dich dem Meer näherst. Du trägst Maras Fluch, Gutscho? Gut. Dann hast du von vorne, Gutscho. Sei Zalus neuer Halmak. Yay! Ich werde dir Platz machen. Danke! So einfach kann es gehen. Hallo Zalus. Ich bin dein neuer Halmak. Ich bin dein neuer Halmak. Pothacker hat abgedankt. Das ist gut. Es ist mir eine Ehre. Roshi de Chaganumbi. Ob das eine Ehre für mich ist, werden wir erst noch sehen. Was passiert jetzt? Geh nun zu Chakadatu und lass uns den Nachfolgeritus beginnen. Komm danach zu mir zurück. Jawohl. Dann rennen wir mal los. Und der Bones nervt. Ich musste mir auch etwas einfallen lassen. Servus. Entschuldigung. Ich musste mal kurz husten. Ich bin Zalus Halmak. Gib mir die Aufgaben für meinen Krieger. Gassir hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Ei, ei, ei. Warte. Zuerst einmal Zalus Halmak. Ich bin Zalus Halmak. Gib mir die Aufgaben für meinen Krieger. So sei es. Dann höre genau zu. Die erste Aufgabe ist die Prüfung der Schnelligkeit. Der schwarze Jäger ist in unser Land zurückgekehrt. Sag deinem Herrn, er soll ihn finden, ihn erlegen und seine Tatze erbeuten. Der Krieger, der den schwarzen Jäger als erster findet und bezwingt, sei der Sieger dieser Prüfung. Hm, alles klar. Zalus wird seine Tatze bald in den Händen halten. Ja. Äh, dann Garcia hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Garcia hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Wie meinst du das? Er hat sich als Protector Corrientes ausgegeben und sich in deinem Dorf eingenistet. Nein, das ist unmöglich. Garcia ist irgendwo da draußen und wartet auf den richtigen Moment, uns anzugreifen. Corrientes wird uns vor Garcia beschützen. Er ist ein ehrbarer Mann. Du musst dich irren. Hm, hm. Ich sehe schon, die Sache werde ich allein machen müssen. Im Wut unterrichten muss der Walnett sein. Oh, Abhärtung wäre geil. Trainieren. Muss ich jemanden finden, der das kann, der hätte, ne? Trainieren. War das nicht so einer in der Schenke? Ich glaube, ne? Vielleicht können wir da noch ein bisschen Rüstung plus und so weiter für uns rausschlagen. Na, Fisch. Wir müssen einen Panther erlegen. Ich denke mal, das wird als schwarzer Räuber gedacht und gemeint sein, vor allem. Toll. Ach so, wir müssen jetzt zuerst mit unserem Krieger sprechen. Genau. Der Untergang ist... Herr Krieger. Und zwar, pass auf. Ich hab mit Chakadatu besprochen. Deine erste Aufgabe ist ein Wettlauf gegen Hakeke. Wer als erster die Tatze des schwarzen Jägers erbeutet, hat gewonnen. Dann lass uns die Jagd schnell beginnen. Ich weiß, wo der schwarze Jäger seine Jagdgründe hat. Rüste dich für den Kampf. Hakeke ist schon unterwegs. Dann gehen wir es auf. Los geht's. Ich bin bereit. Dann schnell. Folge mir. Der Untergang ist nahe. Der Tod regt über das Land und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. Ganz ehrlich, diese edle Weste ist auch etwas angenehmer zu tragen bei diesen höllischen Temperaturen hier im Dschungel. Da ist so ein Mantel nicht unbedingt klasse. Hier haben wir ein bisschen mehr Luft. Schöne Ausrede, oder? Und? Dreh's hierher, ist es einfach. Doch jetzt kommt der Dschungel. Ich hoffe, dass Hakeke den schwarzen Jäger nicht schon gefunden hat. Ja, dann renn weiter. Dann beeilen wir uns besser. Ja, komm mit. Ja, hopp, hopp. Lauf. Lauf, Forest. Lauf. Was? Äh, nein. Falsch. Lauf, Zalu. Lauf. Ah, wir haben ja schon einen Panther erlegt. Hoffentlich war das nicht der Quest-Panther. Dann hätte man die Pfote bekommen wahrscheinlich, ne? Oh, oh. Äh. Hallo? Was ist das? Also, warum stehen die da? Tun die uns etwa beobachten? Den Goldkling nehmen wir mit. Ha? Oh, Stahlbahn. Wir gehen. Hier ist die Höhle des schwarzen Jägers. Okay. Woher weißt du das eigentlich? Ich habe ihn in unser Land kommen sehen. Er kam über die Berge. Er ist sehr scheu. Er steckt sich meistens in dieser Höhle. Okay. Und was nun? Du gehst hinein. Und lockst ihn heraus. Moment mal. Warum ich? In Ordnung. Und was tust du? Ja, das Gute. In Ordnung, ja. Und was tust du? Ich warte hier. Wenn du den schwarzen Jäger anlockst, dann kämpfen wir zusammen. Alles klar. Bis gleich dann. Da bin ich mal gespannt. So. Speichern. Ähm. Ja, das ist der nächste Spielstand. Ganz klar. Also der hier. Okay, okay. So. Soll ich vielleicht Stahlbahn wegtun? Wäre vielleicht auch keine blöde Idee, oder? Schädel-Zepter. So. Mach's gut, Stahlbart. Achso. Aha. Okay. Das klappt so nicht. Wie geht's dir eigentlich? Mit dem haben wir noch gar nicht gequatscht. Wie geht's dir eigentlich? Was? Na, wie ist es so als... Geist? Geist? Ja, da fällt mir was ein. Kennst du eigentlich den alten Romanov? Ja. Na klar kenne ich diesen Arsch. Oh ja, aus dem Einzelteil. Klar kenne ich den. Das war einer deiner Konkurrenten. Ich traf Kapitän Romanov auf Faranga. Die Inquisition hatte ihn gefangen genommen und in die Hafen-Kaitzelle gesperrt. Ah, der hatte immer panische Angst vor Geistern. Tatsächlich? Ja, so ein Schwächling. Ich habe auf meinen Draufzügen schon so einiges gesehen. Aber Geister... Glaub mir, das sind nur Märchen und Geschichten. Du bist ja einer. Guck mal in den Spiegel, ich wollte es gerade sagen. Ich sehe schon, dir geht's gut. Guck mal in den Spiegel. Wozu? Spiegel sind was für Hofschranzen und Weicheier. Nehmen wir mal lieber eine ordentliche Flasche rum. Ja, ja. Irgendeine Idee? Ja. Irgendeine Idee? Die Gegend kenne ich. Das ist die Schwertküste. Nein, das ist die Bucht von Maracay. Hab ich doch gesagt. Dann muss ich Captain Tro hier irgendwo herumtreiben. Der ist tot. Außerdem war er auf der Schwertküste. Ah, Schwertküste. Siehst du? Ich wusste es. Ja. Ähm. Stahlbad wegschicken. Ich... Ich weiß gar nicht. Ja, du mal wegschicken. Tschüss, bis später. So. Ah ja, Waffe. Ich Pfosten. Unser Wellentänzer. So. Und natürlich eine Fackel. Weil er ist schon wieder finster. La, 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 la. Na, schön. Da liegen überall Knochen rum. Das heißt, er hat schon was gefuttert. Was ist das jetzt eigentlich für Viech? Ja. Ja, ich sag ja mal. Yay. Au. Chani. Oh. Hatte Chani. Komm mit, du Kack-Fisch. Kommt er? Oder hat er gerade Chani getötet? Weil dann ist das keine gute Idee. Was willst du? Ist doch nicht echt. Ja. Ich glaube, wir bringen das Viech selber um. Ähm. So. Nehmen wir gleich den da. Hat er Chani jetzt umgebracht, glaube ich. Wäre einfach so weggefressen. Das lassen wir nicht zu. Chani darf nicht sterben. Vorher schicke ich sie nach Hause. Ich könnte sie aber vorn draußen stehen lassen. Na. Bring was selber zu Ende. Das kriegen wir schon. So. Wellendänzer ist angekleidet. Chani ist hier. Passt. Na, los. Komm her, du Mistviech. Zurück mit mir. Und reden. Zack. 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 So. Nochmal treten. Gleich. Na, komm. Wusch. Und nochmal. Wow. Na, komm. Zack. Na, komm. Einmal schön treten. Zack. Und das war's. Mistviech. So. Panthertatze. Pantherfeltatze des schwarzen Jägers erhalten. Kiste leer. Ja, da waren wir schon drin. Okay. Und wo kommt auf einmal der Panther her? Naja. Den Schatz haben wir auch. Achso, die Pantherhöhle. Ja, na klar. Ne? Jetzt. Kreuzfeld der Grosch. Die Pantherhöhle. La, 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 la. Ich hoffe, das zählt auch. Es regnet, es regnet, la, 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 la. Dann haben wir da schön Luftfeuchtigkeit. Können wir da schwitzen wie die Deppen. So, der schwarze Jäger ist hin. Der schwarze Jäger ist erledigt. Das ist gut. Nun brauchen wir seine Tatze. Hier ist die Tatze des schwarzen Jägers. Ah, du bist ein guter Hallmark. Roshi der Shaganumbi. Ja, danke. Geh nun zu Shaka Dato und bring uns die nächste Aufgabe. Was denn? Keine Verschnaufpause? Keine Zeit. Hakeke muss besiegt werden. Na dann, bring mich wenigstens zurück ins Dorf. Ich hab hier noch was zu legen. Na, Dorf. Bring mich wenigstens zurück ins Dorf. Mach ich. Folge mir. Weil sonst find ich den Deppen nimmer an, ne? Hm? Im schlimmsten Fall. So. La, 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 la. Na gut, dann haben wir in dem Part wenigstens doch noch ein bisschen was geschafft. Ha. Aber was seid ihr zwei? Hakeke. Ah. Wir gehen. Okay. Tatara. Tatara. Ist ja logisch irgendwie, ne? Ich hätte mich bohrten sollen, es wäre schneller gegangen. Aber wir sind ja schon da. So. Hier den Weg hoch. Da ist das Dorf. Alles klar. Danke. Tschü. Tch. Gesundheit. Mal. Aber da ist das Dorf. Lauf, lauf, lauf. So, gleich sind wir oben beim Häuptling. Servus. Begrüße. Achso, Moment. Der Part ist wieder zu Ende. Na toll. Dann reden wir halt im nächsten Part mit ihm. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.